Hier haben wir nochmal Aluminium. So, ich hoffe, damit können wir zwei Aluminium-Ohren machen. Was sehr nützlich ist im Moment. So. Erstmal bitte wieder hier raus. Was natürlich schwieriger ist, als reinzukommen. Weil ich natürlich nicht daran gedacht habe, einen Weg nach oben zu bauen. Jetzt wahrscheinlich meinen eigenen Weg nach oben zerstören werde. So. Perfekt. Ach, dieses Wasser, guckt es euch einfach nur an. Hm. Super Wasser. Und ein super geiles Wetter. Ja, ich werde gleich auch noch eine Menge rausgehen. Oder ja, lange rausgehen. Denn es lohnt sich wirklich. So, wo ist mein Aluminium? Da ist mein Aluminium. Super. Wir haben Aluminium. Jetzt brauchen wir nur noch Kupfer. Und Iron habe ich noch ein Stück. Kann ich schon schmelzen lassen. Aluminium habe ich auch was. Copper-Ohr. Habe ich im Moment überhaupt nichts. Oh, das ist jetzt natürlich schlecht, dass ich kein Kupfer habe. Weil ich alles für Zinn... Achso, wir brauchen Zinn. Ah, boah. Gut, das ist... Gut, gut. Sehr gut, dass ich das noch gemerkt habe. Wäre noch bescheuerter, wenn ich jetzt wieder alles umsonst gemacht hätte. So. Iron, schmelze. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Schmelze. Fein. Weg. Weg, habe ich euch gesagt. Gut. 18. Das bedeutet 1, 2. So. Und jetzt gucken wir nochmal, nur verständnishalber, in unser schlaues Buch. 10 habe ich auch 9. Kann ich das auch mal da reinstecken. Damit wir auch ja nichts falsch machen. Denn wir brauchen Brass. Und Brass macht man mit 3 Aluminium und 1 Kupfer. Gut. Gut. 3 Aluminium und 1 Kupfer. Achso, und 1 Zinn. Gut. Das bedeutet, ich habe 4 Aluminium-Ingots. Wie viele waren das? 18. Gut. 2. 4 Aluminium-Ingots und 1 Zinn-Ingot. Ja, komm. Weg mit euch. Ja. 1, 2, 3. Und 1 Zinn. Ist doch 10. Ja. Gut. So, mal gucken, ob es klappt. Nein. Zinn. Aluminium. Nein. 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 Also. Kann man nicht einmal das machen, was ich machen will? Okay. So. Also. Wir haben 1 Aluminium. Oder? Ja. Gut. Erstmal Fackeln machen. Hier haben wir 4 Stück. Ich hoffe, das reicht für ein paar Fackeln. 18. Ja, das reicht. Fürs Erste. So. Und jetzt noch eine Runde Farmen. Tut mir leid, Leute. Aber. Ich bin heute eigentlich einfach nicht konzentriert genug, um irgendwas zu machen. Vielleicht. 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 Doch. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war's. ich hab wieder alles gut so was ist das scheiß zeug so wahrscheinlich ist das öl brauche ich nicht kann weg hat unsere geliebte quer vielleicht irgendwas gefunden nein hätten sie es stehen geblieben ja sie ist stehen geblieben weil ich zu weit weggegangen bin ok mehr brauch ich nicht wo ist die da ist sie jetzt brauche ich feile nein nein Tut mir leid, dass ihr jetzt nicht viel von mir hört, aber... Es geht einfach jetzt gerade nicht. Es ist einfach zu idiotisch. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht.